... verliert er doch den Ball. Das könnte gefährlich werden. Ah, da muss mehr kommen. Und jetzt der Schuss. Und das ist der Ausgleich. Wahnsinn. Und das so spät in diesem Spiel. Sie haben sich ja mit aller Macht gegen diese Niederlage gestemmt, Buschi. Kann man wohl sagen. Und sie wurden belohnt mit dem Ausgleich. Jetzt nur keinen dummen Fehler machen und das nochmal aufs Spiel setzen.